Ja und somit herzlich. Willkommen zurück bei Minimetro. Heute gehen wir nach Berlin. Nutzt die wenigen, dir zur Verfügung stehenden Tunnel, um Berlin unter der Spree hindurch zu verbinden. Immer diese Flüsse. Diese Flüsse überall. Schlimm. Let's go. Hoffentlich klappt das ein bisschen besser als Budapest. Ich mach gleich mal zwei Linien für den Anfang. Fängt jetzt schon gut an. Wir haben zwei Tunnel. Schon wieder doof, dass hier in den Kreis kommt. Den können wir jetzt hier noch mit einbinden. Da das ja noch nicht so eine lange Strecke ist. Der hier oben ist allerdings ganz gut. Wago ist besser. Tunnel haben wir noch eng. Auf Lager. Das ist auch schon wieder doof. Was ist das schon wieder? Ja gut. Ich sag da nichts mehr dazu. Man kann es mir nie recht machen. Das ist auch sie. Ah okay. Das geht hier einmal ganz unten durch. Ich brauche einen Tunnel. Ja nice. Jetzt kommt kein Tunnel. Danke. Für gar nichts. Dann müssen wir die grünen hier etwas anders machen. Nein. Wollte ich nicht. Dann machen wir das so. Und grün kann auch noch hier entlang. Lass ich vorerst so. Und da oben hat schon einen Timer. Ich denke mal ganz unten. Lass ich jetzt mal noch. So ist das jetzt mittendrin. So ist das jetzt mittendrin. Ich will die Metro nehmen. So. Eigentlich müssen die ja immer gleichzeitig etwa in der Mitte sein. Dass das gut funktioniert. Ja. Wohl. Also muss ich teilen. Missivwoll. 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 honey. Missivwoll. 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 Missivw therefore Genau? Okay, woche 4. Eine neue Linie. Ich habe keine Ahnung, ob das schlau ist, was ich hier mache. Aber das werden wir dann sehen. Grün hat Probleme, aber das wird gleich gelöst. Hoffentlich? Doch. Der fährt ja schon da lang. Ist das schlau? I don't know. Ich versuche eigentlich bloß immer zu schauen, dass alle ein bisschen was von allem haben. Hier fällt zum Beispiel ein Viereck. Weil das dort unten ist ja das andere Viereck. Sieht gut aus. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Allerdings müssen die recht weit fahren, um zum Kreuz zu kommen. Und da sind ein paar Kreuz dabei. Was natürlich doof ist. Das Kreuz können wir nicht erreichen, solange wir kein Tunnel haben. Müssten wir uns halt vorerst somit zufrieden geben. Die Kreise sind echt verflucht immer. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Problem. Ähm, vier. Fünf. Fünf. Äh, vier. Timer auf einmal. Fünf Timer. Sechs Timer. Das war's schon wieder. Ich sehe das. Jetzt haben wir zwar einen Tunnel. Den wir aber... Schlecht. Ähm. Tja. Den wir einfach nur schlecht gebrauchen können. Tja. 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 Okay, da geht es gar nicht mehr lang. Okay, da geht es gar nicht mehr lang. Okay, da geht es gar nicht mehr lang. Ja. Da kann man nichts mehr machen. Die Level werden langsam echt schwierig. Das sind gerade mal nicht mal 400 Passagiere. Das ist echt wenig. Berlin hat mich defeated. Wegen Überlastung dieser Station musste der Betrieb eingestellt werden. 382 Fahrgäste fuhren mit einer Metro innerhalb von 28 Tagen. Und es war ein bisschen mehr Chaos, wie es aussieht. Aber gut. Langsam werden die Level echt schwierig. Somit vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mini Metro. Haut rein und gute Fahrt. Gut. 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 Gut.